Die blauen Ecke vom Boxring, 74, Ötisheim, Julian Hotz. We are the same, we are in Paris, we get to it. Da kommt schon noch mal was dir geht. Ja, das war auch. Wir haben ja keine Laufbeugnis. Du hast eine Laufbeugnis. Oh, das ist ein Laufbeugnis. Oh, das ist ein Laufbeugnis. Ja! Ja, das ist ein Laufbeugnis. Hey! Ach so, ach so. Beine, mal rein. Das ist ein Laufbeugnis. Das ist ein Laufbeugnis. Das ist ein Laufbeugnis. Das ist ein Laufbeugnis. Also, wieder gut, gut. Schnell, 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 schnell. Oh, Julian, top! Es sind nur zwei Minuten. Es sind keine zwei. In drei und zwei. Oh, Julian! Er will den Film, ja. Ich denke, Litsche leicht an den Kampfbeladen zu wollen. Wir kämpfen auf, darf uns hier gewinnen. Die Niederlage. Er hat 60 Kilogramm Kampfgewicht. Er kämpft beim Powerball zu gewinnen. Drei, Drei, Drei. Und jetzt noch mal bei uns. Er ist ein ganzes ein. Er hat zwei. Und jetzt noch mal bei uns. Nichts. Und jetzt noch mal bei uns. Und jetzt noch mal bei uns. Und jetzt noch mal bei uns. Schnell! Der ist langsam! Ruhige, die Gott hier! Hände, Hände, Hände! Hände, Hände! Hände, Hände! Hände, Hände! Jawohl! Ausführungsgeräusche! Hände, Hände! Hände, Hände! Stopp! Hände, Hände! Hände, Hände! Stopp! 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 Sie haben was aufgedreht! Letzter! Unterhung! Unterhung! Kampfgewicht von 60 Kilogramm, ist 15 Jahre alt und hat eine Bilanz von sieben Kämpfen, davon drei Siege, vier Niederlande. Ringfrei, Runde 3! Ringfrei, Runde 3! Letzt vor, let's go, irgendein Ange. Regen eins! Ringfrei, Runde 3! 3-Schläge! Er kommt jetzt 3-Schläge. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.